Hallo Anja Ronacher. Hallo Ursula. Wir befinden uns heute an diesem herrlichen Frühlingstag in den Grinzinger Projekten in der Ausstellung Six Solo Shows und sind eigentlich schon mittendrin in deiner Ausstellung. Also ich habe mir überlegt jetzt zur Einleitung etwas vorzulesen. Das hat mit der Wiederholung unseres Gesprächs zu tun und zwar kommt das aus einem Buch von Antonina Tho, das heißt das Theater und sein Dupel, dass das Gesagte nicht noch einmal gesagt zu werden braucht, dass ein und selbe Ausdruck nicht zweimal taugt, nicht zweimal lebt, dass jedes Wort Tod ist, sobald es ausgesprochen ist und nur in dem Augenblick wirkt, in dem es ausgesprochen wird, dass eine einmal verwendete Form zu nichts mehr Nütze ist und nur dazu einliegt, nach einer anderen zu suchen. Ja, also wir sind jetzt die Suchenden. Also das Suchen, Graben, Tiefergreifen ist ja ein Charakteristikum deiner Arbeit auch. Also du befasst dich seit mehreren Jahren sehr intensiv mit archäologischen Objekten. Woher kommt diese Lust, sich mit archäologischen Objekten zu befassen, in Museen zu gehen, sich an die Orte der Ausgrabungen, ob jetzt in Jordanien, Iran, China, dorthin zu reisen, die Recherchen zu intensivieren und Schwarz-Weiß-Fotografien zu produzieren? Okay, also ich glaube, ich muss da jetzt etwas zurückgehen in meiner persönlichen Geschichte. Das werde ich dann den darauffolgenden Fragen nicht mehr machen. Aber es ist eine Anekdote aus meiner Schulzeit. Im Kunstgeschichteunterricht ist relativ zu Anfang, also bei den ersten Stunden danach gefragt worden, welche Bücher zur Kunstgeschichte wir zu Hause haben. Und alle Schüler haben dann ein oder zwei Bücher oder mehrere Bücher erwähnt. Ich habe keins erwähnt, weil ich auch keines hatte. Aus diesem Mangel an Kultur vielleicht ist dann auch mit dem Kunstgeschichteunterricht große Liebe und Faszination der Kunst gegenüber entstanden. Allerdings wurde dort eine europäische Kunstgeschichte gelehrt, keine außereuropäische Kunstgeschichte. Ich habe dann 2010 begonnen, beziehungsweise es sind dort die ersten Negative entstanden. Das waren Farbnegative. Die habe ich aber dann nie verwendet. Also es ist dann nie eine Arbeit daraus geworden. Im British Museum war das, nachdem ich in London studiert habe, also es war nach der Studienzeit, Totenmasken zu fotografieren. Ich habe keine genauen Aufzeichnungen über diese Fotografien, nur mehr das Negativ. Also ich glaube aber, dass es mexikanische Totenmasken waren. Und dann 2012, während einer Residency in China, sind die ersten tatsächlichen Arbeiten entstanden. Und das erste Bild war eine Fotografie eines Gefäßes, also einer Tankvase, also eine Vase aus der Tankdynastie. Nach welchen Kriterien hast du die Auswahl getroffen? Also die Entscheidungen waren anfangs intuitive und hatten irgendwie mit meiner persönlichen Befindlichkeit zu tun, wahrscheinlich. Also die ersten Negative, die ich in China fotografiert habe, das waren sehr wenige, das waren zwei Filme vielleicht. Also es sind zehn Negative für eine Filmrolle drauf. Ich habe dann mit einer mit mir erzählt, das ist ein sechs mal siebener Format. Also das ergibt dann zehn Negative pro Film. Wahrscheinlich waren es 20 Negative daraus, sind dann drei oder vier Arbeiten geworden. Also wirklich sehr wenig fotografiert noch und das war intuitiv. Und jetzt bin ich also genauer mit der Aufzeichnung, genauer mit der Dokumentation von dem Ort, wo ja das Objekt kommt, beziehungsweise der museologischen Beschreibung und so weiter. Du hast aber gleichzeitig auch die Frage nach dem Prozess des Fotografierens und nach der Arbeit in der Dunkelkammer gefragt, oder? Also ich fotografiere das in der Vitrine, also durch die Vitrine durch. Das heißt, dass auf dem Negativ dann immer nur alle anderen Objekte, die sich in der Vitrine befinden, sichtbar sind, so wie die museologische Beschreibung und so weiter. Und ich habe dann begonnen, also nicht bei den ersten Arbeiten, aber dann eineinhalb Jahre später etwa Schablonen auszuschneiden. Also zuerst immer Belichtung, nicht auf ein Baritpapier, sondern auf ein einfaches PE-Papier zu machen, eine Schablone auszuschneiden und mit der Schablone dann in einer Technik, die dem Abwedeln, für die das in der Fotografietechnik auskennen ähnlich ist. Aber ich wähle nicht ab, sondern ich lege die Schablone direkt auf das Papier drauf, ziehe das Negativ dann in einem zweiten Belichtungsprozess heraus und belichte nochmal mit reinem Licht nach und so entsteht dann das Schwarz. Es wurde ja schon sehr viel über deine Arbeiten auch geschrieben, wie von der Luisa Zeyer oder auch von der Ruth Horak. Und da wurde interessanterweise auch ein Kunsthistoriker und Philosoph angesprochen, Christoph Bomian, der den Begriff der Semifore in die Diskussion zu archäologischen Objekten einbrachte. Und ich finde es sehr interessant im Zusammenhang mit deinen Arbeiten, also auch andere haben das sehr interessant gefunden, also wie, was mit einem Objekt eigentlich passiert, dass von einem Alltagsobjekt für rituelle Handlungen, Graubbeigaben als Totenmasken diente, wie das dann in Museen zum Anschauungsmaterial wird. Und das hast du auch öfters in Gesprächen erwähnt, wie die Semifore eigentlich zum Bedeutungsträger wird. Und im Zusammenhang mit deiner Arbeit interessiert mich das schon auch sehr, wie du dann eigentlich wieder das Objekt rausholst. Also es ist quasi fast auch eine Rettung des Objektes aus diesem musealen Kontext. Also durch die Schwärze der Arbeit der Fotografien isolierst du sie auch aus der Umgebung, gibt es ihnen eben auch eine ziemlich zentrale Position, die wir sonst auch nicht hätten, würden wir ins Museum gehen und uns die Objekte anschauen. Du hast auch mal erwähnt, dass für dich die Masken auch Gesichter sind. Also ich glaube, in diesem Prozess der Dunkelkammerarbeit werden diese Museumsdinge, wenn man sie als Museumsdinge bezeichnen kann, zu Symbolen oder Zeichen, wenn man in der Tosha-Sprache sprechen möchte. Ja, also das, was eigentlich hier Masken sind, sind für mich dann in der Arbeit mit den Dingen Gesichter. Keine Masken mehr. Ja, und du gibst ihnen auch diese Aufmerksamkeit. Also sie gewinnen auch sehr an Haptik, also sie treten heraus. Und es ist eine sehr interessante Spannung zwischen dem Prozess des Hervortretens, des Anwesendsein und des Zurücktretens, des sich Entziehens und wieder Abwesendsein. Ja, über diese Begrifflichkeiten habe ich tatsächlich nachgedacht, ob es so ist, dass die Dinge dann ins Schwarz abtauchen oder aus dem Schwarz hervorkommen. Ich glaube, es ist von Bild zu Bild unterschiedlich. Ich glaube, dass ich mit der Veränderung der Größe das Zurückweichen oder das Auftauchen beeinflussen kann. Also manchmal ist es so, dass ich, also das ist auch intuitiv, ich entscheide mich dafür, dass das Ding sehr klein wird. Und wenn es sehr klein wird, dann verschwindet es in die Ferne. Also räumlich gedacht, ja. Perspektivisch, räumlich gedacht. Ja, weil du vorher angesprochen hast, dieses Begehren nach Kultur. Du hast auch in einem Interview mit Severin Dünser mal gesagt, jeder Fotografie liegt ein Begehren zugrunde. Welche Art von Begehren ist das für dich? Ja, das ist Begehren nach Kultur. Okay, also das muss ich jetzt vielleicht präzisieren. Also das war der Ausgangspunkt. Vielleicht, vielleicht war das der Ausgangspunkt. Aber der Zugang zu alledem, was uns vor allen Dingen in den Museen anblickt, hat sich dann über die Jahre mit mehr Wissen vor allen Dingen, aber auch mit dem Lesen von Antonina Thot zu einer kritischen Haltung entwickelt, also auch den Institutionen gegenüber. Die hat sich jetzt mittlerweile wieder verändert. Aber das Begehren, das Begehren hat immer mit dem Leben an und für sich zu tun. Und weshalb ist schließlich die Wahl auf Schwarz-Weiß-Fotografien für dich gefallen? Also du hast am Anfang erwähnt, dass es Fotografien, Farbfotografien waren. Du fotografierst analog. Es sind lange Belichtungszeiten. Ja. Also es ist so eine... Worauf kommt das an? Es kommt darauf an, ob ich ein Stativ verwende oder nicht. Wenn ich kein Stativ verwende, kann ich keine lange Belichtungszeit haben. Das heißt, dann fotografiere ich mit einem Sechzigstel, maximal mit einem Dreißigstel. Mit Stativ belichte ich sehr lange. Das sind dann manchmal auch zwei Sekunden oder vier Sekunden, manchmal sogar acht Sekunden, wenn es ein Objekt hat, aber auch ein sehr dunkles Objekt ist. Und es sind Fotografien, die ästhetisch sehr schön sind auch. Also wie wichtig ist dir die Schönheit? Ja, das siehst du so, das sind die sehr schön, diese Fotografien. Ich würde daran zweifeln, weil ich glaube, dass die Schönheit in diesem Kontext ein schwieriger Begriff ist. Also da drüben ist zum Beispiel eine Fotografie mit zwei Totenköpfen. Ich weiß nicht, ob der Begriff der Schönheit ergreift. Der Begriff der, ich weiß nicht, der Trauer, der Abwesenheit. Im alten Ägypten wurde zur Zeit des Lebens der Person, das Totenbuch geschrieben, für die Person, damit sie den Weg in die Unterwelt findet. In deinen Bildkompositionen gibt es auch eine Dramaturgie, eine Inszenierung, die die Köpfe oder die Objekte sehr ins Zentrum rückt. Weshalb diese Zentralisierung der Objekte? Also die Frage nach dem Weshalb kann ich jetzt vielleicht gar nicht so gut beantworten, aber es ist richtig, ich messe die Abstände vom Objekt zum Rand des Bildes auch immer aus. Also es ist sehr wichtig, dass das Ding im Zentrum dieses Kosmos ist. Es gibt ein Buch von Mircea Eliade über den Schamanismus. Also das Buch heißt Schamanismus und die archaische Ekstasietechnik. Da schreibt er über die, also es gibt jeweils einen Baum, der dem Schamanen das Aufsteigen in eine andere Welt ermöglicht. Dieser Baum ist jeweils in diesem Kosmos das Zentrum dieser Welt. Also wie ich den Gedanken gefasst habe, das war eigentlich schon mehr oder weniger von Anfang an so, dass die Dinge zentral ins Bild gerückt waren, aber sie waren vielleicht noch geerdet. Also es gab sozusagen einen Boden und Himmel, das Ding oder die Vase, wie ich begonnen habe, die Dinge auszuschneiden, waren sie dann im Zentrum. Und das erste Bild, wo ich dann über diesen Mircea Eliade Text zu dem Entschluss gekommen bin, war das Bild eines Baumes aus einem Relief. Du hast Bühnenbild in Wien studiert und Fotografie in London. Also wie ist es dazu gekommen, dass du dich dann verstärkter Fotografie gewidmet hast? Wie ich zur Fotografie gekommen bin, ist nicht einfach zu beantworten. Also im ersten Jahr oder eigentlich in beiden Jahren meines Studiums in London habe ich noch Filme gemacht mit 16mm. Kurze Loops von zum Beispiel einem Gesicht, das nur in die Kamera blickt. Ein Gesicht, keine Maske, ein Gesicht, ein lebender Körper. Also ein Loop von diesem Gesicht, das Gesicht blickt in die Kamera und eben nur den Teil rausgeschnitten, wo noch kein Blinzeln sichtbar ist. Das heißt, es sind zwei Sekunden, aber das Gesicht blickt unablässig. Es waren immer Loops, aber manchmal waren es auch komplexere Darstellungen oder Szenen. Es hat sicher auch mit der Beschäftigung mit Theater oder mit Inszenierung davor zu tun. Und aus dieser Vereinfachung oder schon fast Stillstellung des bewegten Bildes hin zum fotografischen Bild haben sich dann diese Bilder entwickelt. Also die Arbeiten, die wir hier jetzt sehen in der Ausstellung, sind ja zum Teil auf deinen Reisen entstanden. Also hier ist der größte Teil in Mexiko fotografiert, einerseits im Archäologischen Museum in Mexiko City und andererseits in einem Archäologischen Museum in Yucatan. sowie zwei, also diese Schale, das ist im Museum für Islamische Kunst in Athen und das Gesicht da drüben ist aus dem Akropolis Museum in Athen. Du hast dich jetzt in den letzten Jahren auch vermehrt mit Zeichnungen auseinandersetzt. Interessanterweise deine Zeichnungen sind ja im Unterschied zu deinen Fotografien. wo der Schwarz sehr dominant ist, also sehr weiß, mit einer sehr auflösenden Strichführung. Also du wendest da ja eine sehr spezielle Technik an in der Strichführung, dass so aus Art Strichclustern das Portrait des Objektes entsteht. Also über diese Technik kann ich jetzt nicht, also ja, es sind kleine Striche, genau. Ich mache kleine Striche in mehreren Schichten und in mehreren Schichten ist es dann so wie modellieren. Aber ja, es ist das, ja, es ist fast umgekehrt, ja. Also halt das Verhältnis von Schwarz und Weiß im Bild. Und hier in der Inszenierung deiner Arbeiten, es ist schon sehr interessant, die Abfolge und die Dramaturgie. Es ist ja wirklich auch etwas, so als ob wir uns da inmitten eines Kreises befinden auch. Also die Distanzen, da ist eigentlich nichts dem Zufall überlassen. Das stimmt, also ich habe in dieser Hängung und auch schon in einigen anderen Hängungen davor darauf geachtet. Also ich habe das ausgemessen, ja. Also die Abstände von einem Bild zum nächsten sind ident. Ich glaube in dem Fall sind es 172 Zentimeter, circa. Auch über Eck, ja. Das ist der gleiche Abstand jeweils von Bild zu Bild. Ist es dann schon auch so, also du hast vorhin eben Schamanismus erwähnt, ja. Also wir haben eben über die rituelle Funktion von den Objekten gesprochen. Ist es schon auch, dass dann auch so eine Atmosphäre entsteht in der Ausstellung? Für mich ja. Ich weiß nicht, wie es für den Betracht ist. Also idealerweise kommunizieren die einzelnen Bilder miteinander, auch wie sie gehängt sind, aber auch mit dem sie betrachten. In deinen Fotografien haben die Objekte, obwohl sie in der Originalgröße unterschiedlich voneinander sind, dieselbe Größe? Weshalb? Ja, also ich habe in dieser Serie versucht, die Größen der Gesichter, also wenigstens der Gesichter, die Größen anzugleichen. Also nach der ersten Fotografie habe ich dann jeweils diese Schablone verwendet und beim Einstellen des Vergrößeres dann darauf geachtet, dass es etwa dieser Größe entspricht. Und vielleicht kann ich das am besten mit einem Satz von Georges Partei beantworten, der lautet, alle Wesen sind im Grunde eins. Also ich glaube, dass ich mit der formalen Ähnlichmachung durch die Größenverschiebungen beziehungsweise die Größenangleichungen dem Satz entsprechen kann. Wenn ich mir deine Fotografien anschaue, fällt mir der Film Apocalypse Snow von Francis Ford Coppola ein. Und im Speziellen die Szene mit Marlon Brando, wo er total aus der Finsternis heraus präsent ist, ohne dass sein Gesicht wirklich sichtbar wird. Also ich kenne diesen Film, habe ihn vor vielen Jahren gesehen und danach mehrere Male das Herz der Finsternis von Joseph Conrad gelesen. Ich habe auch zwei Ausgaben dieses Buches zu Hause gelesen, habe ich es auf Englisch, also als der Heart of Darkness in Originalsprache. und fasziniert hat mich an diesem Buch. Ich habe es mehrmals gelesen wegen der Dunkelheit der Sprache und der Dunkelheit der Materie. Existiert eigentlich in dir dann auch so eine Sehnsucht, mal zu einem Bild zu gelangen? Immer wieder. Immer wieder. Also zum Beispiel bei diesen zwei Totenköpfen dachte ich dann, das ist das eine Bild. Vielleicht ja. Es hätte auch sein können, dass wir jetzt hier in der Ausstellung dieses eine Bild sehen. Es ist ein Akt der Großzügigkeit, das tun es auch alle anderen. Das wäre ein Akt der totalen Reduktion, aber vielleicht in diesem Fall auch der Zeit entsprechend. Du hast auch mal erwähnt, dass es bei dir zu Hause keine Farben gibt, dass alles schwarz-weiß ist. Fast alles ist schwarz-weiß. Ich bin sehr leicht irritiert von Farbe. Es ist schwarz-weiß und beige und weiß. Also schwarz weniger, es ist eigentlich fast weiß. Alles weiß, ja. Immer wenn ich auf dich treffe, hast du ein Buch mit dabei, eine Lektüre, die ich dann auch unbedingt lesen will. In deiner Wohnung gibt es auch eine Bibliothek. Und was hast du diesmal mit dabei? Also das ist von Franz Fanon, die Verdammten dieser Erde. Und ich lese jetzt etwas vor. Der Kolonisierte entdeckt also, dass sein Leben, sein Atmen, seine Herzschläge die gleichen sind wie die des Kolonialherrn. Er entdeckt, dass die Haut eines Kolonialherrn nicht mehr wert ist als die Haut eines Eingeborenen. Diese Entdeckung teilt der Welt einen entscheidenden Stoß mit. Jede neue und revolutionäre Sicherheit des Kolonisierten ruhrt daher. Wenn nämlich mein Leben das gleiche Gewicht hat wie das des Kolonialherrn, dann schmettert mich sein Blick nicht mehr nieder, lässt mich nicht mehr erstarren, seine Stimme versteinert mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr verwirrt in seiner Gegenwart. Also, nach dem der Untertitelung des ZDF aus wastewater werden kann, bleibe die Zugang ich auf die Schrauben auf die Schrauben zu pennen. Das Leit ist also, dass sie auf dem Leit angetriebenen sein und der Schrauben sind. Aber ich habe recht, dass es vor allem noch wie die Schrauben vertreffen,